Hier in Stuttgart habe ich einen Laden gesehen, angemachte Ramene, Leute. Hier ist die Nudel. Der Chef, der macht die angemachte Nudel. Sieht gut aus. Also, ich gehe jetzt Nudeln essen. Guck mal hin. Sieht gut aus. Das ist eine selbstgemachte, handgezogene Nudel. Ja, esse ich mal. Groß, Leute. So, die Decke, alles mit Schiff. Also, die Nudeln sehen richtig groß aus. Handgemachte Nudeln, ja, Leute. Sieht gut aus. Hier habe ich noch dazu Hakau bestellt, ja. Mit Karnelen, Leute. Hakau mit Karnelen. Die beiden Thälte hier heißt Sassiu Bao, ja. Sassiu Bao mit Schweine, auf... Mit Schweinefleisch, ja. Sassiu heißt es. Wie Damsen-Nudeln, ja. So ähnlich. Aber mit Messerall. Süßlich ist auch so gut. Wie Damsen-Nudeln, ja. So ähnlich. Aber mit Messerall. Süßlich ist auch so gut. wieder was Neues hier dazu, Leute. Sieht aus. Die Besonde von denen ist, innen ist Schweinefleisch, aber Flüss... ist auch noch... flüssig drin. Hier läuft Wasser raus, gedämmt. Mit Schweinefleisch. So macht er seine Nudeln. Mit Schweinefleisch. Mit Schweinefleisch. Aber schmeißt du das dann? Ja, das ist ja.